Moin mal Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie fahren wir heute wieder eine Runde auf OMSI, also auf der Karte Köln, mit dem Solaris Electric. Genau, ich blinke falsch. So, genau, jetzt fahren wir wieder eine Runde von Nachmeschelich. Wie spricht man so aus? Haben wir noch Zeit? Ja. Das sind einfach die Leute rein. Ja, immer eins passiert. Mir gibt es viel zu sehen. Vorteil ist, wir müssen keine Fahrkante verkaufen. Ein großer Vorteil. Und ich habe mal das Wetter, wie es aktuell ist, eingestickt. Also heute auf jeden Fall hat es geschüttelt wie aus einem Mal. Mal fünf Minuten. Jetzt fährt er an. Ganz aus, wenn die Päuse ist hier nicht. Bank und Köln, ja. War noch nie. Zweite einmal, letztes Jahr. Genau. Ich schaue ihn mit ihm für Aukin. eine Minute davor da können er ist die mädens jetzt die ganze zeit begleiten je ich hoffe die aufnahme stocken ist wir fahren wirklich zu 100% elektrisch sowieso in so einer stadt mehr wenn ich jede stadt ein sollte heutzutage so wir haben drei türen sagen wir von wir stehen von innen angucken halten solaris von außen die akku packs oben drauf genau und wir warten und warten und warten ja herr nie danke ist gut warum fahr ich schlecht finde ich auch nicht finde ich auch nicht und 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 we Oh, und die Lade. Und auch immer die alle hier rüberziehen, das ist um die Loweck. Und auch immer 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 die Loweck. Nächste Halterschläge. Vollmarkt. Nächste Halterschläge. Waldmarkt. Umsteigmöglichkeit zur Stadtbahn. Um weiter geht's. Jetzt haben wir alles. Jetzt wird es schon eng. Weiche und Verhoofung. Jetzt wird es auch gut. Vielen Dank. 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 Die Marktstraße. Du darfst du gar nicht reinfahren. Du darfst du gar nicht reinfahren. Meine Güte. Du darfst du gar nicht. 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 Ich würde sagen. Du darfst du gar nicht. Du darfst du替. Du darfst du gar nicht. Du darfst du gar nicht mehr... Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. teilen ich mach mal zwei teile daraus weil ich jetzt hier das frau ist ja ne merkt ihr selber machen zweite teile daraus und wir sehen uns dann einfach im zweiten teil wieder tschüss und lasst gern ein ein abo da kostet für euch nichts und mir wie immer und kommentiert gerne unter dem video was für busse oder was für karten ihr gerne sehen wollt und genau und like in this video tschüss bis zum nächsten mal